Emily wurde immer wieder von der Schule nach Hause geschickt. Als es schließlich zum zwölften Mal passierte, hatte ihre Mutter endlich genug und beschloss, etwas zu unternehmen. Und dabei entdeckte sie etwas Schreckliches. Sarah schaute aus dem Fenster und sah Emily auf das Haus zukommen. Nein, nicht schon wieder, sagte sie in Panik. Sofort ließ sie alle stehen und liegen und eilte ihrer Tochter entgegen. Mama, sie haben mich schon wieder weggeschickt, sagte Emily weinend. Für Sarah war es unfassbar, dass ihr Kind, das am Morgen und sogar am Abend zuvor noch munter gewesen war, laut dem Zettel, den sie mit nach Hause gebracht hatte, plötzlich krank geworden war. Sarah versuchte ihr Bestes, Emily zu beruhigen, deren Augen vom vielen Weinen rot geworden waren. Sie erzählte ihr, wie frustrierend es für sie gewesen war, das Problem zu lösen, denn es war nicht möglich gewesen, ihren Schuldirektor über die Website zu erreichen. Auf dem Zettel stand, dass Emily starke Kopfschmerzen und Müdigkeit hatte. Also befragte Sarah ihre Tochter dazu. Emily gab zu, dass sie Kopfschmerzen hatte, aber Sarah vermutete, dass es daran lag, dass sie geweint hatte. Sarah fragte sich, warum es ihrer Tochter immer besser zu gehen schien, kurz nachdem sie nach Hause geschickt wurde. Zu diesem Zeitpunkt machte sie Sarah große Sorgen um ihre Tochter. Sie merkte, dass das wiederholte Nachhauseschicken ihrer Tochter Auswirkungen auf die geistige Gesundheit des kleinen Mädchens hatte, was Sarah sehr beunruhigte. Sie liebte ihre Tochter zu sehr, um irgendeine Form von Schaden in ihrer Nähe zuzulassen. Sarah wurde klar, dass sie die Schule noch einmal besuchen musste. Obwohl ihre bisherigen Versuche ergebnislos geblieben waren, war sich Sarah sicher, dass mehr hinter diesen seltsamen Vorfällen steckte. Die Sicherheit und das Glück ihrer Tochter hatten für sie immer Priorität. Sie konnte es sich nicht leisten, eine gescheiterte Ehe und eine gescheiterte Kindererziehung zu haben. Sarahs Ehe mit Damien war anfangs sehr glücklich gewesen. Sie war eine Hausfrau, die sich um ihre Familie kümmerte, während ihr Mann für das Haus sorgte. Es war nur eine Frage der Zeit gewesen, bis Damien anfing, sich von ihnen zu entfernen. Er verbrachte sehr viele Stunden auf der Arbeit und kam spät und genervt nach Hause. Bald wurde es zu einer stressigen und beängstigenden Herausforderung, von ihm Geld für den Unterhalt zu bekommen. Sarah, die dachte, dass er in finanziellen Schwierigkeiten steckte, musste stattdessen ihre Familie um Hilfe bitten. Nach und nach gab Damien nicht mehr nur unzureichende Geldbeträge, sondern überhaupt kein Geld mehr. Der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte, war, als Damien sich monatelang nicht darum kümmerte, was sie aßen und wie sie überlebten. Es war eine erbärmliche Situation für Sarah, denn sie hatte keine handfesten Fähigkeiten, sodass es nicht einfach war, einen fairen Job zu bekommen. Sie machte sich Vorwürfe, weil sie Damien so sehr vertraute, dass sie sich nicht einmal die Mühe machte, ihre Karriere aufzubauen. Sie glaubte, dass er immer da sein würde, um sie zu beschützen und zu versorgen, wie er es versprochen hatte. Jetzt fühlte sie sich benutzt und betrogen. Also begann sie, ihren Ausstieg zu planen. Nach und nach begann sie, ohne Damiens Wissen, einige der Haushaltsgegenstände zu verkaufen. Sie wollte genug Geld sammeln, um sich ein neues Leben aufzubauen und dann für immer von ihm wegzulaufen. Doch bevor sie die Chance dazu hatte, passierte eines Abends etwas, das sie dazu brachte, schneller zu gehen, als sie es geplant hatte. Damien hatte an diesem Abend versehentlich sein Handy offen auf dem Küchentisch liegen lassen, bevor er ins Bad ging. Sarah handelte instinktiv und ging sein Telefon durch, nur um etwas zu entdecken, das sie sich nicht einmal in tausend Jahren hätte vorstellen können. Damien war nicht nur fremdgegangen, er hatte einen Sohn mit einer unbekannten Frau und sie erwarteten ein weiteres Kind. Sarah hatte sich nach Emily immer mehr Kinder gewünscht, aber alle Versuche waren erfolglos geblieben. Die beiden Male, in denen es ihr gelungen war, schwanger zu werden, erlitt sie eine Fehlgeburt. Sie schlug eine künstliche Befruchtung vor, aber Damien lehnte die Idee ab, weil sie zu teuer war. Er sagte ihr, sie bräuchten keine weiteren Kinder, Emily sei perfekt und genug. Sarah hatte das Gefühl, dass ihre ganze Ehe mit Damien eine Lüge war. Ja, er hatte sich total verändert, aber es war ihr nie in den Sinn gekommen, dass er untreu sein könnte. Sie kamen sich extrem dumm vor, weil sie ihm so sehr vertraut hatte. Wütend konfrontierte sie ihn sofort, aber was er sagte, machte sie nur noch wütender. Glaubst du, ich weiß nicht, dass du alle deine Eier beschädigt hast? Das ist der einzige Grund, warum du keine Kinder mehr bekommen kannst, brüllte Damien mit Hohn in seiner Stimme. Sarah war verletzt. Was meinst du damit, dass ich alle meine Eizellen beschädigt habe? Sarah stammelte und fand keine Worte, um ihren Schock und Unglauben zu erklären. Um Himmels Willen, dieser Mann war ihre erste Liebe gewesen. Sie war mit niemandem außer ihm zusammen gewesen. Und jetzt hatte er die Frechheit, sie zu beschuldigen, ein untreues Leben zu führen? Oh mein Gott, ich bereue es, dich jemals gekannt zu haben. Du bist mein größtes Bedauern im Leben. Ich hätte dich nie heiraten sollen, schrie Sarah aus Wut. Damien, dessen Ego durch diese Worte verletzt worden war, stürzte auf sie zu und schlug sie heftig. Sarah, die in ihrer Ehe noch nie auch nur eine einzige Zurechtweisung erlebt hatte, starrte ungläubig vor sich hin. Sie war zu schockiert, um sich auch nur einen Zentimeter zu bewegen. Derselbe Damien, der sie immer mit Gelassenheit und Liebe zurechtgewiesen hatte, schimpfte sie jetzt nicht nur wie ein Kind, sondern griff auch zu körperlicher Gewalt. In diesem Moment wurde Sarah klar, dass sie mit der Ehe fertig war. Noch am selben Tag packte Sarah ihre Sachen und zog mit ihrer Tochter zum Haus ihres Bruders. Trotz Damiens ständiger Anrufe, weigerte sie sich zu antworten, weil sie annahm, dass er sich entschuldigen wollte. Zu ihrem Erstaunen erhielt sie jedoch eine herzlose Nachricht von ihm, in der sie aufforderte, ihre Tochter Emily zu ihm zu bringen und dass sie danach verschwinden könne. Seine einzige Sorge galt seinem Kind. Diese Ereignisse waren eine wichtige Lektion für Sarah. Sie erkannte, dass es eine Herausforderung sein würde, sich von Damien scheiden zu lassen und das Sorgerecht für ihr Kind zu bekommen, zumal sie eine arbeitslose Mutter war. Während ihres Aufenthalts bei ihrem Bruder konzentrierte sich Sarah darauf, sich selbst zu verbessern. Unter Anleitung ihrer Schwester und mit finanzieller Unterstützung ihres Bruders eignete sie sich technische Kenntnisse an und widmete sich dem Lernen. Dieses Vorhaben motivierte sie dazu, eine Aufgabe zu finden, die über das Dasein als Hausfrau und Mutter hinausgeht. Die Teilnahme an diesen Kursen diente auch als Ablenkung und half ihr, sich von Depressionen fernzuhalten. Wie sie befürchtet hatte, erlebte Sarah eine turbulente Scheidung von Damien, vor allem was den Kampf um das Sorgerecht für ihr Kind betraf. Damien argumentierte, dass Sarah kein Einkommen habe und nicht in der Lage sei, sich um ihr Kind zu kümmern, was ihr absurd vorkam. Schließlich war er derjenige, der sie vor langer Zeit verlassen hatte und nicht mehr für sie sorgte. Unbeirrt kämpfte Sarah weiter und gewann schließlich das Sorgerecht, in dem sie nachwies, dass Damien nicht für die Familie sorgen konnte. Kurze Zeit später fand Sarah einen guten Job. Mit ihren wenigen Ersparnissen zog sie mit ihrer Tochter in eine andere Stadt. Sie war so froh, sich endlich von ihrem fiesen Ex-Mann zu lösen und bereute es nicht im Geringsten. Wenigstens konnte sie ihrer Tochter jetzt ein anständiges Leben bieten. Als die Dinge besser liefen, zogen sie in eine größere Wohnung. Nach dem Ende ihrer Ehe beschloss Sarah, dass sie nie wieder heiraten würde. Auch wenn sie erst 39 Jahre alt war, wollte sie sich ihrer Tochter zuliebe nicht noch einmal in ein Liebesgeflecht und ungewisse Verpflichtungen verstricken. Sie liebte ihr Kind so sehr und arbeitete extra, um ihre Zukunft zu sichern. Sie schwor sich, ihre Tochter zu einer erfolgreichen und unabhängigen Frau zu erziehen. Sie war glücklich mit dem friedlichen und ruhigen, erfüllten Leben, das sie mit ihrer Tochter führte. Sie ahnte nicht, dass noch mehr Herausforderungen auf sie zukommen würden. Eines schicksalhaften Abends sah Sarah gerade an ihrem Laptop und erledigte einige Aufgaben, als Emily von ihrem Picknick mit den Nachbarskindern zurückkam. Sie sah glücklich aus und es war offensichtlich, dass sie Spaß hatte. Sie wünschte sich Steak und griechischen Joghurt. Emily war ein wählerischer Esser und wenn sie überhaupt etwas aß, dann nur wenig. Manchmal wünschte sich Sarah, sie würde ihr Essen so fordern, wie sie immer Spielzeug und Barbie-Kostüme verlangte. So war Sarah mehr als froh, dass sie ihre Aufgabe aufgab, um das Essen vorzubereiten. Nachdem sie das Essen fertiggestellt und den Tisch gedeckt hatte, rief Sarah ihre geliebte Tochter zu sich. Emily bedankte sich bei ihrer Mutter für das Kochen und drückte ihre Liebe aus. Sarah lächelte und berührte Emilys Wange liebevoll. Sie war stolz auf die Fortschritte beim Erlernen von Dankbarkeit und Freundlichkeit. Nachdem sie mit dem Essen fertig war, stand Emily auf, um zu gehen. Und in diesem Moment geschah etwas Schreckliches. Sie stieß einen spitzen Schrei aus, bevor sie plötzlich zusammenbrach. Sarah war wie in Panik und brachte sie schnell ins Krankenhaus. Dort wurden eine Reihe von Tests durchgeführt. In der Zwischenzeit wurde Emily an eine Infusion angeschlossen und genau überwacht. Diese Nacht war für Sarah endlos. Sie lag wach und wurde von der Vorstellung verfolgt, ihre wertvolle Tochter zu verlieren. Die Angst nagte an ihr und entwarf dunkle Szenarien, die sie sich nicht vorstellen konnte. Der bloße Gedanke an einen solchen Verlust war unerträglich, doch er ließ nicht nach und quälte ihr zerbrechliches Herz. Entschlossen, stark zu bleiben, beschloss Sarah, sich allem zu stellen, was auf sie zukommen würde. Als Sarah am Morgen mit dem Arzt sprach, erfuhr sie, dass die Nieren ihrer Tochter versagten und die beste Behandlungsmethode eine Nierentransplantation war. Sarah entschied sich sofort, Spenderin zu werden. Glücklicherweise stellte sich heraus, dass sie eine passende Spenderin war. Am Tag der Operation damm Sarah Emily in den Arm und versuchte, die beiden zu beruhigen. Wir werden das schon schaffen, okay? Du musst für mich auf dem OP-Tisch tapfer sein, flüsterte Sarah. Emily umarmte ihre Mutter und wischte sich die Tränen aus den Augen. Zu gegebener Zeit wurden Mutter und Tochter in den Operationssaal gerollt. Glücklicherweise war die Transplantation erfolgreich. Diese Erfahrung brachte Sarah und ihre Tochter einander näher. Alles ging wieder seinen gewohnten Gang bis ein Jahr später. Nur zwei Wochen nachdem Sarah und Emily den ersten Jahrestag der sicheren Transplantation und der guten Gesundheit gefeiert hatten, wurde Emily zum ersten Mal nach Hause geschickt, weil sie krank war. Diese Entwicklung brachte Sarah auf die Palme, weil sie dachte, dass die Niere wieder versagt. Sie führte im Krankenhaus schnell mehrere Tests durch, aber die Ergebnisse zeigten, dass ihre Tochter in bester Verfassung war. Bald wurde es zur Routine, ihre Tochter früh nach Hause zu schicken. Und es gab immer eine Nachricht, dass sie krank war. Das beunruhigte sie, vor allem, weil ihr Kind nur in der Schule Symptome zu entwickeln schienen. Ihre Versuche, mit Mr. Harris, dem Schulleiter, zu sprechen, waren vergeblich. Stattdessen erhielt sie immer wieder vage Erklärungen von der Sekretärin. Nach dem zwölften Vorfall, bei dem Emily mit geschwollenen roten Augen nach Hause kam, beschloss Sarah, den Schulleiter persönlich zur Rede zu stellen, um der anhaltenden Verwirrung ein Ende zu setzen. Sie war bereit, so lange wie nötig zu warten, um mit ihm zu sprechen. Am nächsten Tag ging Sarah direkt zur Schule und bat die Sekretärin Joan um ein Treffen mit dem Schulleiter. Joan wies sie jedoch mit der Behauptung ab, der Schulleiter sei nicht erreichbar. Sarah war verblüfft, als der Schulleiter, der sie auf dem Überwachungsvideo gesehen hatte, trotzdem jemanden schickte, um sie vorzuladen. Nachdem Sarah dem Schulleiter ihre Bedenken vorgetragen hatte, war Mr. Harris überrascht. Er stellte klar, dass die Schule die Kinder nicht wegen kleinerer Probleme wie Kopfschmerzen oder Schwäche nach Hause schickt, da sie einen Klinikdienst hat. Er erklärte auch, dass bei ernsthaften Krankheiten oder anderen wichtigen Problemen immer eine E-Mail an die Erziehungsberechtigten geschickt wird und nicht nur eine schriftliche Mitteilung. Sarah stellte fest, dass sie keine E-Mails über Amilies Entlassungen erhalten hatte. Die Verwirrung wurde noch größer, als sie erfuhr, dass die schriftlichen Notizen, die angeblich vom Schulleiter stammten, nicht von ihm selbst verfasst worden waren. Er bestritt, sie jemals geschrieben zu haben. Der Schulleiter ahnte, dass es noch mehr aufzudecken gab und schickte seine Sekretärin los, um Amilies Klassenlehrerin vorzuladen. Als die Sekretärin zurückkam und berichtete, dass die Lehrerin zu beschäftigt sei, um sofort zu kommen, ahnte Sarah, dass etwas nicht stimmte und beschloss, die Wahrheit herauszufinden. Sarah nahm die Sache selbst in die Hand und brachte Amilies Klassenlehrerin persönlich in das Büro des Schulleiters. Die Lehrerin war überrascht, weil die Sekretärin sie nicht über die Bittete Schulleiters informiert hatte. Als sie von Amilies Fehlzeiten erfuhr, zeigte sich die Lehrerin besorgt. Sie erwähnte, dass Amilie oft an Testtagen fehlte und machte sich Sorgen über ihre schulischen Interessen. Sarah war von dieser beunruhigenden Information überwältigt. Es wurde deutlich, dass die Sekretärin etwas ahnte, da alle Briefe und Notizen über sie liefen, da sie für die Schreibarbeiten zuständig war. Trotz zehnminütiger Befragung leugnete die Sekretärin von der Sache zu wissen. Sie unterstellte sogar Amilies Klassenlehrerin einen Verdacht, weil sie gehört hatte, wie sich ein verärgertetes Elternteil bei der Klassenlehrerin darüber beschwerte, dass es ihr nicht gefiel, dass Amilie immer die Klassenbeste war. Sie erwähnte auch einen früheren Vorfall, bei dem sich die Lehrerin das Briefpapier der Schule ausgeliehen hatte. Es könnte sein, dass sie es vervielfältigt und wiederholt für ihr Verbrechen benutzt hat. Amilies Lehrerin war sichtlich schockiert. Ihre Augen weiteten sich vor Unglauben. Sie schüttelte energisch den Kopf und wies alle Anschuldigungen der Sekretärin zurück. Der Schulleiter war am Ende seiner Kräfte. Er war überzeugt, dass die Sekretärin ihm Informationen vorenthielt, vor allem nachdem sie fälschlicherweise behauptet hatte, er habe die Briefe geschrieben und beschloss, dass er ihre Täuschung lange genug geduldet hatte. Ich habe genug von ihrem Betrug. Ich rufe die Polizei, erklärte Mr. Harris mit strenger Stimme. Als Joan das hörte, sank sie auf die Knie und ergab sich sofort. Ich kann es erklären, sagte sie in Panik. Dann machen Sie schon, erklären Sie es. Mr. Harris erhob seine Stimme. Was sie dann sagte, schockierte alle zutiefst. Es tut mir leid, Sir. Sarahs Ex-Mann hat mir den Tipp gegeben, es zu tun, sagte Joan bedauernd. Bei der Erwärmung von Sarahs Ex-Mann fühlte sie sich plötzlich vom Kopf bis zu den Zehen schwach. Ihr wurde schwindelig und sie wäre fast gefallen, aber Mr. Harris fing sie rechtzeitig auf und half ihr, sich ruhig aufzusetzen. Geht es Ihnen gut, Ma'am? fragte Mr. Harris und sah sehr besorgt aus. Sarah schaffte es, zur Bestätigung zu nicken. Sie verstand sich ehrlich gesagt selbst nicht. Die Tatsache, dass Damien die Schulsekretärin so gut kannte, dass er sie bestochen hatte, bedeutete, dass sie ihren Aufenthaltsort kannte und wahrscheinlich in der Stadt war. Das bedeutete Ärger, großen Ärger, besonders für ihre Tochter, die Damiens Hauptziel war. Wenn es möglich wäre, Emily mit Gewalt von der Schule zu nehmen, wusste Sarah, dass Damien das schon längst getan hätte. Der Gedanke, dass er Emily nahe sein könnte, verursachte ihr eine Gänsehaut. Sie wusste, dass sie sehr schnell etwas unternehmen musste. Als sie ihre Fassung wiedererlangte, dachte sie über den Grund für Damiens Handeln nach. Was hatte er davon, wenn Emily in der Schule keine guten Leistungen erbrachte? Es gab nur eine Person, die in diesem Moment die Antwort wissen konnte. Joan. Also fragte Sarah sie. Joan senkte den Kopf, als sie Damiens Plan erklärte. Er wollte Emilys gute Noten zerstören, um vor Gericht ein Druckmittel in der Hand zu haben. Er wollte den Sorgerechtstreit neu aufrollen, indem er Sarahs Unzulänglichkeit als Elternteil bewies. Sarah war fassungslos. Wut durchströmte sie. Sie war schockiert über Damiens Dreistigkeit, seine Tochter nach Jahren des Verlassens zurückhaben zu wollen. Und das zu einem solchen Preis. Er war bereit, die schulischen Leistungen des Kindes und den Ruf der Mutter zu ruinieren. Mr. Harris handelte schnell und erkannte die Dringlichkeit der Situation. Er schaltete die Polizei ein, was zur Verhaftung der Sekretärin unter anderem wegen Verstoßes gegen die Berufsethik führte. Bevor Joan in Gewahrsam genommen wurde, kooperierte sie mit der Polizei, um Damien zu ködern. Damien wusste nichts von der Falle und erkundigte sich bei ihr nach dem Stand des Plans. Joan gab vor, mitzumachen und teilte Damien mit, dass sie wichtige Informationen habe und sich mit ihm treffen müsse. Sie nannte eine Zeit und einen Ort und bat um Geld für eine Tischreservierung, das er ihr schickte. Am Tag des Treffens kamen die Polizisten eine Stunde zu früh und besetzten den Tisch, den sie reserviert hatten. Sobald Damien eintrat, identifizierten sie ihn und beobachteten, wie er sich den Tisch suchte, ohne sich ihrer Anwesenheit bewusst zu sein. Während er auf Joan wartete, rief Damien sie wiederholt an. Aber die Polizei hatte ihr Telefon und stellte es im Rahmen ihrer Beweissicherungsstrategie auf lautlos. Dieses entscheidende Beweisstück war notwendig, bevor sie handeln konnten. Als Damien weiter anrief, kam die Polizei auf ihn zu und verhaftete ihn prompt. Zunächst leugnete Damien Joan zu kennen, aber als mehr Beweise auftauchten, konnte er sein Leugnen nicht mehr aufrechterhalten. Als er zu den Banküberweisungen an Joan befragt wurde, konnte er keine zufriedenstellende Erklärung abgeben. Schließlich wurde der Fall vor Gericht gebracht. Die Gerichtsverhandlung war die Hölle für Sarah, denn sie musste Damien noch einmal gegenübertreten, obwohl sie ihn nach der Tortur, die er ihr angetan hatte, nie wiedersehen wollte. Damien wurde der Verletzung der Privatsphäre, des Dorkings und der Fälschung von Dokumenten für schuldig befunden. Er wurde zu einer hohen Schadensersatzzahlung verurteilt und Sarah erwirkte eine einstweilige Verfügung gegen ihn. In der Zwischenzeit wurde Joan wegen ihrer Beteiligung zu ein paar Monaten Gefängnis verurteilt. Als der Richter sein Urteil verkündete, seufzte Sarah erleichtert auf. Sie zog Emily in ihre Arme. Du bist jetzt sicher, meine Liebe. Dir wird nichts mehr passieren, das verspreche ich. Damien war außer sich vor Wut. Als er abgeführt wurde, schrie er immer wieder, Ich werde mich mit dir befassen, ich hasse dich. Gib mir meine Tochter, ich werde sie mir zurückholen. Diese Worte bestärken Sarah in ihrem Entschluss, die Stadt für immer zu verlassen. Sie musste weit weg von ihren Ex und all den bösen Plänen, von denen sie sicher war, dass er sie im Visier hatte. Nachdem sie zahlreiche Herausforderungen überstanden hatte und erleichtert war, dass alles vorbei war, beschloss Sarah sich und Emily einen luxuriösen und angenehmen Urlaub zu gönnen. Sie reisten auf eine Insel und genossen die pure Glückseligkeit. Sie spielten im Sand, sangen zusammen und liefen am Strand entlang und blickten in eine Zukunft voller Liebe, Glück und Frieden. Was denkst du über Damiens Handlungen in dieser Geschichte? Teile uns deine Gedanken in den Kommentaren mit. Danke, dass du zugeschaut hast. Wir sehen uns im nächsten Video.